Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn TräumeTV hier aus dem schönen Bad im Schwarzwald, Mittwoch 17.30, Faller Time. Ja, ich hatte ja letzte Woche darauf hingewiesen, dass das Gebäude, wo ich da gebaut habe, noch mal ins Spiel kommt. Warum? Das seht ihr jetzt. Wir haben nämlich die 130803 Plattenbau P2 Ergänzung. Ja, ich hatte ja erwähnt, man kann das Gebäude so hoch bauen, wie man will. Man braucht eben diese Ergänzungsteile. Ja, dann wollen wir sie mal auspacken. Ja, in diesem Bausatz haben wir 176 Einzelteile in vier Farben, Fensterfolie, zwei Gardinenmasken und verwenden sie zum Basteln, Faller Bleistikkleber. Und die Maße von diesem Teil sind 30,5 Zentimeter auf 13,7 Zentimeter auf 6 Zentimeter. Ja. Wollen wir mal kurz reinschauen, was hier sich alles verbirgt. Und vom Prinzip her haben wir eine Gebrauchsanweisung. Ach was. Wir haben wieder extrem viel Fensterfolie, dann diese Gardinenmasken, wie es so schön heißt. Und dann kommen wir schon zum Innenleben. Hier ist im Endeffekt das gleiche Baumaterial drin, wie beim anderen Plattenbau letzte Woche. Ja, die Teile, wo man zusammenfügen muss. Die Fenster, die Balkone. Ja. Und hier noch die einzelnen Elemente für den Bau und wieder ein Sicherheitskreis. Gut. Dann sortieren wir das mal und dann fangen wir an mit Bauen. Gut. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, das ist natürlich mühsam. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, es klebt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bausatz, von dem Ergänzungsbausatz und wir sind auch am Ende vom anderen Bausatz. Wir haben nämlich jetzt ein Plattenbaugebäude, fünf stückig gebaut. Ja, wie gesagt, es ist einfach zu bauen. Natürlich muss man ein bisschen Zeit investieren, die einzelnen Module hinlegen, die Querstreben reinbauen, die Fenster, die Scheiben. Es ist zeitintensiv, das hatte ich ja letzte Woche auch gesagt, aber es ist toll, dass man die Möglichkeit hat, doch nach den eigenen individuellen Vorstellungen ein Gebäude zu machen. Und so hat man zum Beispiel auch die Möglichkeit, wie gesagt schon, wie in den USA, riesen Wolkenkratzer daraus zu bauen. Da kann man natürlich 17, 18, 19, was weiß ich, wie viele Stockwerke hochgehen. Mir reichen hier fünf, habe ich schon erwähnt, aber wie gesagt, wer möchte, hat da freie Wahl. Ob der eine jetzt drei nur will, drei ist das Minimum, ja, und dann kommen immer zwei dazu. Das heißt also fünf, sieben, neun, elf, dreizehn und so weiter Etagen. Und falls einer natürlich diesen Bausatz kauft und riesengroß ergänzt, wäre es schön, wenn er mal ein Bild schickt, ja, oder sich meldet. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Bausatz toll findet und ob ihr auch mehrere Stockwerke gemacht. Würde mich mal interessieren. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, nächste Woche Mittwoch, 17.30 Uhr kommt das nächste Faller-Video. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Danke für eure Treue. Daumen nach oben von mir. In dem Fall bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, euer Markus und tschüss.